Draußen, im Vorkarten. Ist auf jeden Fall eine Villa, auf jeden Fall ein großer Landbesitz. Dass das Haus von denen ist. Hast du Kinder? Ja. Ein Sohn? Ich mache es. Zwei, zwei kleine Mädchen. Hm. Ja, die Frau von ihm. Ja, die Frau von ihm. Ich bin wirklich entschuldigung für deine Verlust. Danke. Ich habe versucht, auf unsere Kinder zu fokus auf unsere Kinder. Aber das Verlust, das immer scheint, zu finden. Ja. Sehr gut. Mal sehen, wie lange das Haus noch bestehen bleiben kann. Ich hoffe mal, dass Sam ihm nicht die Wahrheit sagt. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Das ist ja etwas am Tor, oder? Ja, aber was, wenn du einfach herausgefunden hast, dass deine Tochter tot sind? Und du warst nicht da. Du warst miles entfernt, sicher und kalt. Wie fühlst du dich? Deine Kinder brauchen dich, um stark zu bleiben. Du bist richtig. Ich bin all das, was sie haben. Ich hab mit sowas gerechnet. Ach, jede Schande. Ich habe sie jetzt wie ein Rot. Find sie! Ich nehme meine vorhergegangene Meinung zurück. Es sind doch böse. Wie gut, dass sie eine schlechte Schützin ist. Okay. Nach links. Angriff? Nein. Zu weit weg. Und rechts? Was haben wir rechts? Der ist noch weiter weg. Das heißt, es wäre linksrum also der bessere Angriff. Schuss. Ich nehme den, der neben dem Garten. Ich nehme den, der neben dem Garten. Au. Gut, dass es da so viele Fallen gibt. Was? Ich muss wehtun. Sehr gut. Bleibt noch einer übrig. Okay. Das ist schlecht. Das ist schlechter. Na gut, teilen wir ihm mal mit. Was eine Lektion ist. In Sachen wildfände Leute erschießen. Aber gut. Er haut kräftig zu. Wo sind die Kinder, wenn man die immer braucht. Die Kinder kommen doch bestimmt gleich, oder? Ausgekugelt? Vermute ich zumindest mal. Bam. Nochmal. Und nochmal. Oh, elender. Dreckskerl. Tot ist er nicht. Au. Das muss doch wehtun. Zumindest ist er jetzt im Feste. Dieser Kleinkrieg gegen Norman. Au. Au, 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 au. Au. Hm. Hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. Oh, shit. Du musst dich ziemlich stolz über dich, oder? Bist du dir einen goldenen Husten? Wenn du denkst, dass ich keine Ecke habe. Vergiss es. Ich frage die Fragen hier. Sag jetzt. Wird das nicht lustig? Es geht mit dir. Norma weiß, dass wir hier sind? Sie weiß nicht, dass ich hier bin. Nein. Sonst würde du hier hören. Ein möglicher Knock auf die Tür. Randall? Randall, hast du das? Du, äh... Wolltest du das für mich bekommen? Wir hörten Gunshots. Wenn du nicht in die Richtung schreitst, dann sendest du alle in die Richtung. Shit. Sie klingelt. Randall, hol dich auf. Willst du antworten? Talk to her, Michonne. Don't make the same mistake as you. Woher du dich besser melden? Ja. Du hörst du sie? Randall needs to check in. Du weißt, das fühlt sich ziemlich familiar. Außer du bist da. Und ich bin hier. So, Miss Shawn. Was willst du mir sagen, zu ihr? Aufgrund von mir, hoffen, zu vermeiden, zu vermeiden. Dein Wiss ist mein Wunsch. Wie sie gesagt hat, check in. Lass sie wissen, dass du gut bist. Ja, ja. Ich habe es. Ich spiele gut. Das habe ich doch. Hey, Norma. Randall, bist du okay? Ja, ja. Alles ist gut. Ich habe etwas, und es ist passiert. Woher du bist? Mit Michonne. Sie ist nicht der beste Host, wenn du das glaubst. Ich töte zwei unserer eigenen. Sie hat mich in einem Haus getestet. Südwesten der Tower. Ein bisschen lang, Michonne. Ein bisschen lang. Oh, ich... Ich kann nicht glauben, dass du mich weiterholt hast. Ich habe fast meine ganze Leben Geschichte ausgelöst. Du schuldige Scheiße. Ich vertraute dir. Also, wer ist der schuldige Scheiße jetzt? Das ist eine der rhetorischen Fragen, übrigens. Michonne, pick auf die Radio. Jetzt. Oh, Scheiße. Norma Stormi jetzt. Hören wir mal mit ihr. Hören wir mal an, was sie will. Hören wir mal an, was sie will. Ich bin nicht mit dir, Mann. Hallo, Norma. Michonne. Ich möchte nur eine Sache wissen, hast du ihn verletzt? Ja. Okay. Ich werde dir nicht mehr nach dem Hören, Mann. Ich werde dir nicht das reinigenzieren, Mann. 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 Okay. Those kiddies too. Ja, will uns nur herausfordern. Kids, du wirst jemanden verletzen. I'm not letting you hurt anyone. Well, not until Norma gets here and I skip bare ass free out the front gate. And that will happen. Michonne. Well, hey now. Don't you two look like your daddy? Back when he still had a face. What? Yeah. I've got a big hole there now. Michonne, is that true? Please tell me he's fucking with us. Sam, I'm... I'm sorry. No! 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 You have already made up your mind. Ja, ich bin weiter in der Meinung, dass Randall ein ganz gutes Druckmittel ist. Der fühlt sich noch gut dabei. Das ist schon... Ja, ich weiß, dass ich mich nicht mehr verletzt habe. Ich bin sicher, dass ich mich auch nicht mehr verletzt habe. Wenn es in der Karte ist... Vielleicht, vielleicht, du denkst, dass du dich über die ganze Zeit kannst. Aber wenn du kein Schöne da bist, oder? Wenn du kein Schöne da bist... Blablablabla Sie hält weiterhin den Schraubstock so fest Du wirst ihn doch jetzt nicht killen Ach du wirst ihn doch jetzt nicht killen Wir alle haben unsere Dämonen, Sonny Ich lass ihn fallen Dann hat er nämlich da liegen wo er ihn haben wollte Ich frag mich halt nur Wir werden es sehen Wir werden es sehen Auf jeden Fall hat er sehr sehr viel zu erzählen dieser Randall Und das Dass er noch ganz bei Sinn ist, das glaube ich auch nicht ganz Ich spiele viel Zeit Wir haben alle Leben und alle Gäste Wir haben das gesehen Glaub mir, sie sind nicht Es ist wahr Dinge Dinge Aber wir sind die Bei dir behalten Oder ihn alleine losziehen lassen Ja 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 und aktualisieren. Nö, das ist tatsächlich dann das Aktuelle. Gut, das war Episode 2. Und ja, sehr, sehr traurig, wenn man so alles zusammenfasst. Ich meine, im Endeffekt hat man da noch einen leicht geistesgestörten Typen jetzt in der Garage hängen. Die Familie dieses Geistesgestörten kommt jetzt und wird wahrscheinlich Rache üben wollen. Aber naja, ich bin echt mal gespannt, wie Sam jetzt reagiert in der dritten Episode, wie sie so drauf sein wird. Und generell, was passieren wird? Und ja, also was passiert, wenn Norma da ist und der Rest von der ganzen Ordschaft? Und können wir uns generell vielleicht auch verteidigen an diesem einen Haus, wo eigentlich sicher nicht noch mehr Leute abhängen werden? Vielleicht hilft die Crew uns noch. Die Crew vom Piep. Und kommt uns zur Hilfe. Das wäre doch zu wünschen, oder? Naja, ich denke mal, wir werden es in Episode 3 sehen. Bis dahin, vielen Dank euch mal wieder fürs Zusehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.